Ihr fragt sich sicher, wenn kommt wieder FIFA Gaming? Ich habe gestern neu gemacht, also ich habe gestern neu und ich habe gestern ein FIFA hochgeladen Video, aber das Video kommt nicht jeden Tag, also beim FIFA Video kommt nicht immer nur einmal, weil sonst gibt es mal wieder Probleme, es geht irgendwie nicht, aber diesmal habe ich es geschafft, aber ich werde nicht das ganze immer bei FIFA Videos machen, was sonst ein bisschen wahnweilig ist, also einmal FIFA und einmal normal und das habe ich einfach möchte sagen, und gibt es mal ein Video, mal trotzdem einen Daumen hoch und trotzdem einen Like da und aktivier einfach die Glocke, dann erfährst du immer neue Benachrichtigungen bei mir und das, was ich möchte sagen, also es kommt nur einmal FIFA Videos, also checkt das ab, das Video und ja, ihr könnt gerne meinen Kanal zu abonnieren, ja, ich heiße Letizia Pavone, warum? Ja, das ist mein Social Account und vielleicht werde ich meinen Namen verändern, das ist auch sehr geil, also ich tue meinen Namen verändern, vielleicht würde ich mal auf YouTube mal Namen verändern, ich heiße Joseppe, keine Ahnung, ich muss noch überlegen, aber es kommen, es kommt, es kommt, es kommt trotzdem FIFA Videos, Leute, ihr weiss, ich meine, es kommt trotzdem FIFA Videos, aber nicht immer, weil sonst gibt es immer wieder Probleme mit Konto bestätigen, da muss ich, da muss ich Telefonnummern und da habe ich richtig, aber es ist Fehler, aber Leute, ihr wisst schon, und ich würde sagen, wenn das Video euch gefällt und gebockt habt, dann lass mal einen Daumen und noch liken und wenn wir mal, bis!